Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und unsere Melodie backt hier gerade was, während sie stinkt, weil sie wahrscheinlich ihre Periode hat oder so. Ja, aber das ist okay. Sie darf ruhig stinken. Darum kümmern wir uns noch. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass die Babys am Sonntag gealtert werden sollen. Das wäre dann morgen früh und das kriegen wir hin. Was ist das für ein Kind, was hier draußen steht? Was machst du hier? Keiner sagt Hallo. Hat irgendwer Zeit? Ja, sie hat Zeit. Sie könnte doch mal Hi sagen. Ich weiß nicht, was dieses Kind will. Hier kam auch keine Benachrichtigung oder so. Warum ist sie da? Also das nenne ich auch mal einen fancy Look auf jeden Fall. Also, same. Genau, ihr hier oben macht ja eure Fähigkeiten fertig. Das also, beziehungsweise baut die auf. Das ist sehr, sehr gut. Ich bin sehr stolz auf euch, aber danach müsst ihr euch auf jeden Fall hier ready machen, weil sonst sterbt ihr, glaube ich. Sie ist schon fertig mit ihren Sachen und sie auch okay. Gut, dann seid ihr hier auch schon auf einem guten Weg durch die Projekte. Ihr fehlt dann auch noch ein bisschen mental und darum kann sich sich ja gleich noch kümmern, wenn sie halt gegessen hat und so. Weil hier haben wir natürlich ein Rechenspiel. Das macht ja auch ein bisschen Spaß und deswegen ist es auch gut für die Kinder. Oder hat sie ihre Hausaufgaben schon gemacht? Nö, dann macht sie Hausaufgaben. Dann macht das eben keinen Spaß, weil wir brauchen keinen Spaß im Leben. Mathe-Aufgaben lösen. Das ist die einzige richtige Devise hier. Es gibt übrigens ein neues Life of Life Update und da können die Sims auch toxic werden, wenn sie zum Beispiel gemein sind oder so. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und das könnte auch dieses Let's Play noch ein bisschen beeinflussen, würde ich behaupten. Weil wir haben jetzt ja schon oft Kinder gehabt, die gemein sind. Deswegen Bienen war gespannt. Wir sind gerade zu sipp, das heißt wir können gerade erstmal kein Kind bekommen, beziehungsweise nur... Also für ein Kind lohnt es sich halt nicht. Also wenn nur mal ein Kind entstehen würde, ist das okay. Aber ich will halt die Möglichkeit haben, dass es mindestens zwei sind. Weil so ist es immer so ein bisschen so... Oh mein Gott, Hausaufgaben putzen rufen, wie süß. Das glaube ich auch beim Slice of Life Update. Uh, I love it. Auf jeden Fall müssen wir warten, bis noch mindestens ein Kind auszieht. Das heißt, wir werden erstmal nicht schwanger. Dann dauert es doch noch ein bisschen, bis sie ein neues Make-Aufer bekommen. Weil wir sind jetzt da schon bei 56. Das heißt, es sind nur noch vier Kinder, bis sie sich wieder verändern darf, quasi. Und das ist halt schon... Level 7 der Bugfähigkeit. Melody kann jetzt Brotpudding, Bananenbrot und Bananencreme-Kuchen in der Küche zubereiten. Außerdem kann sie Croissants, Windbeutel und Blaukram-Küchlein mit der Törchenfabrik backen. Das klingt alles ziemlich lecker. Not gonna lie. Er ist wütend, weil... Ich bin arrogant! Vielleicht. Man weiß es nicht. Ich kenne dich noch nicht so gut. Hi, girl. What up in the club? Okay, sie kann doch nichts mit diesem Stein machen. Das ist traurig. Aber ich gucke mal. Ob wir es hinkriegen, dass sie vielleicht auch ein bisschen was damit irgendwie... Also, dass sie das übt oder so. Und eventuell kann sie damit ja irgendwas erschummeln. Aber ich glaube, diese Magiefähigkeit ist keine richtige Fähigkeit, die man hier auflevelt, oder? Weil das wäre natürlich schon geil. Nein, ich spende nicht. Ich habe den Ruhm ausgestellt. Es bringt mir nichts. Außer, dass ich dir Geld geben habe. So, no. Das mit dem Schlafen scheint jetzt übrigens wieder zu funktionieren. So, und um vier Uhr morgens kann man schon mal seine Kinder altern, oder? Hier. Macht mal. Hui. Und du bist... Heikel. Ach, Mann. Aber du siehst süß aus. Und bei dir? Wie sieht's aus? Du bist auch heikel. Was soll denn das? Warum habt ihr dieselbe Frisur? No. Das machen wir hier nicht. Wir gehen jetzt in die Creative Sim und ich werde die beiden so unterschiedlich wie möglich erstellen, oder so. Oder ich setze ihnen einfach Papiertüten auf. Das ist eine Idee. Das ist eine Idee. So, und die Kiddos können sich eigentlich direkt mal um ihre Fähigkeiten kümmern. Was ist hier passiert? Ähm, excuse me? Ein gemobbtes Kind. Oh, no. Aber mit dem neuen Update kann man das doch... Confessen. Also, halt sagen so, jo, hi. So, und so geht's mir. Bedenken hinsichtlich des Gewichts zeigen. Oh, mein Gott. Das ist auch neu. Aber man kann doch... Angeblich kann man dann sagen so, jo. Gestehe, schikaniert worden zu sein. Oh. Das ist süß. Das ist süß, aber... Und das sehe ich Melodie halt auf jeden Fall nicht. In der Schule haben einige meiner Klassenkameraden meine Sachen durcheinander gebracht. Sie steckten eine Spinne in meine Büchertasche und zerrissen sogar meine fertigen Klassenarbeiten. Gibt es etwas, was du tun kannst? Ich werde mit dem Schulleiter sprechen. Es ist keine große Sache. Nee, 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 nee. Wir sind hier... Wir sprechen mit dem Schulleiter. Als ob sie das jetzt direkt macht. Sie so... Es ist Sonntag morgens. Ich gehe. Wir engagieren einen Sitter. Ich meine... Wir haben genug Geld, so. Misty Abrams. Aha. Ja, das Aufgaben hast du ganz toll gemacht, Wim. Oh, cool. Sie sagt sogar was dazu. Das finde ich gut. Muddy ist wieder daheim und ich denke, sie strickt jetzt einfach, weil... Warum eigentlich nicht? Dann kann die übrigens auch gehen, weil... No. Äh... Wegschicken. Wir können jetzt ja Spurlover stricken, genau. Oh, sieht das Säß aus? Ah! Ach, ich freue mich gerade so. Ich glaube, die Kinderpullover sind erstmal wichtiger. Deswegen, äh... Ja. Fangen wir einfach mal von unten an, würde ich sagen. Ich denke mal, dass die beiden... Großen Kinder quasi... Dass die zum Teenager werden, wenn sie morgen zur Schule gehen. Melody kann jetzt Polsterhocker stricken. Was für ein Polsterhocker heißt? Stricke ein und finde es heraus. Uh. Rechnung. Sind ziemlich günstig. Like always. Okay, ich würde mal sagen, das war's mit der Folge. Es ist jetzt nicht sehr so wirklich passiert. Die Kinder kommen gleich nach Hause, theoretisch. Aber das machen wir im nächsten Part. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Und... Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020